bevor das unboxing gleich los geht gibt es erst mal eine kleine erläuterung zum thema bootbox denn die neue bootbox ist da da freue ich mich sehr drüber gucken wir auch gleich rein aber dieser schöne schwarze kasten hier der kann wenn ihr den bock habt zu euch monatlich nach hause kommen jawohl ich bin mittlerweile ganz froh dass ich die box jetzt seit gut vier oder fünf monaten wirklich monatlich bekomme denn die items sind richtig richtig cool und die box ist ja auch wieder richtig schwer ich habe mir hier ganz kurz aufgemacht am computer um euch mal kurz die abo modelle so ein bisschen näher zu bringen es geht los aber im preis von 20 euro und es gibt insgesamt vier verschiedene abos es gibt aber das flex abo das ist ein monats abo das sich automatisch verlängert und dann gibt es ein drei monat sechs monats oder zwölf monats abo das dreimal kostet 21 29 das sechs monats abo 20 99 und das zwölf monats abo 19 99 im monat also pro box das heißt ihr spart natürlich auf zwölf monate hingesehen um die zwei euro das ist ganz cool eine weitere coole sache das bietet auch nicht jeder an tatsächlich ist zu sagen hey pass mal auf es gibt ja immer diese themen vorschau das heißt ihr bekommt quasi im vornherein gezeigt hey das ist diesen monat drin und dann habt ihr die möglichkeit zu sagen hey pass mal auf da habe ich jetzt nicht so wirklich bock drauf diesen monat das ist nicht mein thema ich setze einfach mal einen monat aus ja das heißt man kann das abo quasi pausieren und dann wieder neu aufnehmen und im nächsten monat weitermachen das ist ziemlich coole sache muss ich sagen und so vermeidet man hat auch einfach diese reizüberflutung ja weil was will ich mit mit einer box wo items drin sind zum thema anime beispiel jetzt und anime gefällt mir überhaupt nicht ja das ist für mich nicht das ist finde ich natürlich die reiste sache die es hier bei der bootbox gibt ich weiß gar nicht was da jetzt für ein thema drin ist ich weiß es nicht werden wir uns auf jeden fall jetzt gleich mal angucken ich gucke ich habe ich noch was was ich euch unbedingt noch sagen muss schrägstrich soll ja genau wenn ihr bock hat auch so eine bootbox 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 dann checkt mal unten den link in der beschreibung ist es ein ganz normaler tracking link das heißt es ist kein affiliate link an dem sinne das ist ein ganz normaler tracking link dass die jungs und mädels von bootbox natürlich sehen hey pass mal auf so viel traffic kommt sozusagen von turbinator über diesen link auf deren seite wenn ihr das erste mal bei bootbox bestellt wenn ihr sagt ich habe interesse daran wenn ihr bestellt habt ihr die möglichkeiten mit dem rabatt code die blende ihn hier ein turbinator ein fünf euro rabatt euch einzuhalten sind auf die erste bestellung beziehungsweise auf die erste box das finde ich nur ganz gute sache dort kann man mal machen so nur wir noch geschnackt ich würde sagen wir schnappen uns die box und mal rein aber jetzt gibt es erstmal intro genug gehen droht freunde lasst mich mal kurz checken habe ich irgendwo ich habe jetzt leider keine möglichkeit aber ein messer liegt leider drüben in der also nicht in der kammer jetzt bei mir gerade sondern dass ich muss das im flaschenöffner irgendwie aufkriegen ich hoffe es geht einigermaßen ich muss eigentlich nur versuchen mich irgendwie unter das unter die box zu heben nun sieht die wir uns außen das ist aber so ein schwarzes kästchen so einem schönen bootbox logo drauf das haben wir hier drüben auch noch mal von unten zeige ich sie jetzt nicht weil da ist die adresse drauf und das wollen wir natürlich nicht so runter gehebelt wunderbar der gleiche spiel machen wir auch noch mal so ich hoffe ich habe nichts gesehen da ist ja noch hoch da ist auch noch mal ein gott ist echt gut zu da geht nichts auf das bootbox thema heute ist bootbox 2009 da haben wir es mit box magazine direkt war da steht auch bestimmt drauf was das Thema ist creatures februar 2019 das thema ist creatures das hier ist die das booklet ja das bootbox magazine und da sind verschiedene sachen noch mal erklärt ich gucke jetzt nicht mal so spoiler ich mich da gucken wir gleich noch mal rein da gibt es nämlich auch noch mal die erläuterung der mega bootbox und die möchte ich euch dann auch mal näher bringen aber zunächst einmal ein weißes t-shirt das ist selten ich meine ich habe ja schon viele boxen in meiner glorreichen karriere als youtube-unboxer ausgepackt aber ein weißes t-shirt habe ich selten gehabt okay da muss ich jetzt doch noch mal da muss ich jetzt doch schon mal gleich vorab ins bootbook ins bootbook das wäre auch ein geiles bootbook also nicht mehr bootbox magazine als verbesserungsvorschlag wie wärst du mit einem bootbook finde ich cool so miyazaki ok sagt mir persönlich jetzt nichts miyazaki ich weiß es nicht so sieht das ganze aus ist schönes t-shirt ist ein sehr geiles motiv mit dem dicken hasen da in der mitte aber ich muss sagen sagt mir persönlich jetzt überhaupt nichts aber es ist man weiß das t-shirt das ist schön weich ist von der qualität ja super der druck ist auch nicht irgendwie so so rau oder sowas sondern ist richtig nice ja aber wie gesagt der druck beziehungsweise das motiv an sich sagt mir persönlich ist leider nichts miyazaki keine ahnung kenne ich leider nicht aus trotzdem cool wie gesagt es ist mal ein weißes t-shirt das ist wirklich mal was anderes kennt man so nicht so dann haben wir hier noch ein wunderbares gerät ach wie geil ein rick-and-morty puzzle wo das ist cool ich weiß ich muss das gleich aufmache oder nicht hier bitteschön rick-and-morty warum halte ich so da habt das rick-and-morty 300 teile puzzle ich mache ich das mal auf oder mache ich das von der ist natürlich von adult swim ist klar ich mache es mal aber ich brauche es nicht aufmachen dass die puzzle teile ich brauche das eigentlich aufmachen ihr seht von auch das motiv wenn es fertig ist das ist auch gar nicht mal so ein einfaches puzzle das sieht schon relativ schwer aus weil viele farben viel action das ist schon weiß unter einer teile sind jetzt glaube ich auch nicht so wenig ich weiß was hat so ein durchschnittspuzzle keine ahnung weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht aber cool puzzle hat man auch selten tatsächlich so dann haben wir noch den pin da machen wir da einfach mal mit weiter februar 2019 creatures und das sind die beiden herrschaften hier dessen namen auf dem name ich jetzt auch gerade überhaupt nicht komme muss gleich noch mal muss ich noch mal gucken sich ja schon der boot book mensch ins boot box magazine so pass auf kodama ja mein gott so legt mir doch um wasch ja die kodamas ne aus dem ich weiß nicht gibt es ein brettspiel ich glaube ist es ist das auch original von dem brettspiel ich weiß es gar nicht ich weiß es nicht auf jeden fall ne hier cooler pin so dann machen wir weiter mit diesem guten stück hier ich mag es dass die jungs und mädles von boot box gerne viele sachen von harry potter da rein machen das finde ich extrem cool hier haben wir jetzt ein kartenspiel set das sind ist ein ganz normales kartenspiel set also mit mit den verschiedenen motiven die man so kennt peak und mit barbe ja wahrscheinlich mit mit bube und dame und und so das kennt ihr ja ich würde das aber trotzdem ich würde es gerne aufmachen ist das ich mache es eh auf komm scheiß drauf die behalte ich auf jeden fall die sind schon nice und das ist auch in so einer in so einer tin box das ist halt auch mega cool ist nicht so verpackt mit so plastik drumherum so eingeschweißt sondern das ist halt wirklich mit so einer mit so einer metall pin box das ist halt richtig heißen ich glaube vorn drauf das müsste ein horcrux symbol sein oder ich glaube ja die sind noch mal verkackt im drin aber trotzdem sehr sehr nice joker es hat geil ich mache die ich mache dir auch wie gesagt ich werde die auf jeden fall behalten ich wollte unbedingt sowieso ein kartenspiel haben ja man silvester auch so gesellschaftsspiele so ein bisschen gespielt und ja da hätten auch gerne so was wie schnauz zum beispiel gespielt oder schwimmen heißt das glaube ich wir kennen das wahrscheinlich auch einige aber wir hatten keine normalen karten da gehabt deshalb machen wir hier zack ich mache die jetzt nochmal auf weil die werden wir auf jeden fall behalten boah die sind geil aus oh schön ne also herz peak was es da nicht alles gibt oh geil wir haben jetzt die joker karten die tue ich jetzt mal ich mach die gerade mal nach hinten da haben wir jetzt zum beispiel die herz 3 da sind halt jede menge sind also harry potter symbole drauf und und das ist aber das sieht schon extrem und man muss das vielleicht weg machen seht ihr das ist das scharf ja doch das müsste scharf sein das sieht halt schon geil aus sehr sehr schöne karten sehr sehr schöne karten mega wo die joker karten jetzt hier und der könig natürlich ist ja klar der könig ist natürlich voldemort sicher sehr gar nicht praktiker rein so wie gesagt die werde ich auf jeden fall behalten sehr sehr geiles item hammer mäßig schöne hochwertige karten so und dann haben wir noch ein item ein einziges item haben wir da noch drinnen ohja ist natürlich ein bubble hat und das ist aus dem film marvel venom kennt ihr ja und hier haben wir einen richtig geilen venom heißt hulk das ist cool das ist richtig nice ich zeige euch jetzt erst mal von der box vom außen vom außen von außen das ist ein marvel pop ihr wisst ja marvel pops marvel fanker pops haben immer einen bubble hat bubble hat heißt in dem fall der kopf wackel so so natürlich auf ganz ganz entspannt hier raus wow der sieht schon richtig fetzig aus wow geil schön mit diesen ganz Verzierungen hier auch so was der sieht schon richtig nice was ich das mache ich das am besten dass ihr das seht ich mache ihn mal so so guck mal hier hier bubble hat weißt du bescheid drehen auch noch gerne nochmal um der venom heißt hulk das ist die nummer 366 aus dem funko pop universe aus dem marvel pop universum sozusagen sieht schon geil aus auch mit der zunge und sowas was ich extrem cool bei dem finde man hat bei den bei den bei den bei den bei den von fanko meistens das problem dass man von unten die feder sieht und wenn du hier von vorne drauf guckst und selbst wenn du so leicht von unten guckst du siehst überhaupt nichts und das ist extrem cool das ist eine sehr sehr geile figur auch die werde ich behalten die werde ich nicht hergeben ah die ist geil die würde ich sogar fast ich würde die sogar fast außerhalb der box sammeln ich würde die box glaube ich rein stellen ins regal aber ich würde den glaube ich außerhalb der box sammeln weil der halt so einfach viel viel geiler aussieht der sieht so halt einfach viel viel cooler aus hier das ist auch nicht irgendein normaler funko pop so weißt du dann normalerweise ist es bei funko pops ja immer so das gleiche so pam 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 schwarze augen dann hast du irgendwie so eine kopfform und ein bisschen hier unten noch das ist halt wirklich mal ein neues mold sozusagen wenn du so möchtest der sieht schon geil aus sieht schon richtig richtig nice aus sehr sehr cooler funko pop und damit ist die box leer ja aber wir sind nicht am ende wir gucken natürlich auch nochmal ins boot book also die box magazine natürlich haben hier wieder jede menge fotos mit dem pokémon t shirt unter anderem ich gucke mal ob ich hier irgendjemanden kenne der hier fotos gemacht hat nein ich glaube da kenne ich niemanden nö aber wenn du auch ne so was haben willst einfach auf social medias posten und dann lübbt der und dann lübbt der ja da könnt ihr auch teilen das ganze sein das ist meine kamera macht gleich einen abflug weil die speicherkarte voll ist hoffen wir es mal nicht spiele empfehlung zu diesem monat anthem ja weißt du bescheid da kommt ja jetzt auch im welt raus ähm ich glaube wenn das video hier kommt kommt es sogar heute raus ich glaube da ist es für die ganzen preseller und preseller und sowas verfügbar die boot box was ist die mega boot box die mega boot box ist eine riesige fette also so eine richtig krasse box die es nur einmal gibt einmal im monat und an dieser verlosung quasi von dieser box nimmt jeder abonnent der boot box automatisch teil also das heißt wenn du jetzt wenn du jetzt sagen wir mal du schließt jetzt ein abo ab bei der boot box nimmst du automatisch an der verlosung der mega boot box teil ich in dem fall leider nicht ich krieg die leider nicht weil ich die box gestellt bekomme für den für die für das placement beziehungsweise für die zusammenarbeit die wir haben aber du kannst theoretisch gesehen daran teilnehmen und das ist ziemlich nice denn diesen monat hat die boot box auch mal wieder einfach einen richtig krassen wert wir haben hier drinnen pass auf totoro das sind verbinderte totoro um schöne augenblicke zu erleben bekanntesten von mir finden sie hier zusammen um erleben zu lassen das sind irgendwelche das sind ach das sind diese blüchfiguren das sind so blüchfiguren von totoro hier so sehen die aus diese schönen blüchfiguren die sind ja richtig nice 130 euro wert wir haben den koffer von fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind da gibt es ja diese filmreihe fantastic beasts da gibt es einen film koffer beziehungsweise einen koffer in originalgröße wo unter anderem ein schal drin ist und es ist eine karte drin das ist schon richtig nice das ist übrigens die kreaturenkarte ich weiß nicht ob die besonderen namen hat oder sowas ich habe den film leider noch nicht gesehen beziehungsweise sind ja mittlerweile glaube ich zwar 2 dann ist der koffer wert 240 euro dann haben wir eine predater figur 35 cm groß ist das gute stück 400 euro das ist dann aber nicht irgendwie so eine normale figur oder so eine Art funko pop für 15 euro das ist wirklich eine hochwertige figur mit richtig krasser handbemalung und die sieht auch wirklich nice aus da kann man echt nichts sagen ich kenne diese Art von Figuren die sind wirklich schweineteuer aber die sind halt auch echt hochwertig also wirklich hochwertig das sind richtig krasse Figuren ich hätte gerne mal so eine von es gibt eine von Bioshock von dem Big Daddy die hätte ich gerne gehabt die kostet aber auch ich glaube 400 oder 450 euro aber die sind richtig krasse Figuren so was ist besser als eine Drohne mit einer Reichweite von 4.000 Metern um neue Kreaturen zu entdecken filme deine Entdeckungen mit diesem kleinen 4K 30 FPS oder IPS Technologie Juwel eine Drohne von CG 730 euro ja und noch eine Xbox One X ne eine 4K Xbox One X ihr kennt das ist übrigens die Drohne und da drunter ist die Xbox auch nochmal mit einem ordentlich fetten Wert ich rechne mal grob zusammen 130 370 370 dann haben wir ein Tausender 1400 1490 ja ok kann man mal machen das ist schon eine Ansage auf jeden Fall so pass auf wenn wir gerade schon bei Preisen sind natürlich hat diese Box auch einen Wert und man hat bei der Wootbox immer so zwischen 50 und 60 Euro grob geschätzt wie viel haben wir hier das Harry Potter Kartenspiel hat 10 Euro wert die Venom Funko Pop Figur haben wir 15 Euro sind wir bei 25 Euro das Wootbox T-Shirt das ist ein Exclusive T-Shirt mit einem Lizenzdruck sind 20 Euro das ist vollkommen in Ordnung sind wir schon bei 45 Euro und noch die Rick and Morty Puzzle sind wir dabei mit 10 Euro das heißt es sind 55 Euro und der Pin ist auch nochmal 4 Euro das heißt wir sind bei 59 Euro summa summarum das heißt die Box erfüllt absolut ihren Wert die verdreifacht quasi das was ihr für diese Box bezahlt da kannst du gar nichts sagen und natürlich haben wir auch noch eine Vorschau auf die nächste Box ja könnte Superhelden sein vielleicht gibt es auch eine Joker Box würde ich auch nichts dagegen sagen finde ich auch ziemlich nice meine Freunde aber ich bin jetzt mit meinem Teil erstmal raus wenn ihr Bock habt auf so eine Wootbox checkt den Tracking Link unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren gönnt euch den 5 Euro Rabattgutschein bzw. Rabattcode Tobinator da kriegt ihr nochmal 5 Euro habe ich jetzt aber gerade schon mal gesagt dass man da 5 Euro kriegt gönnt euch den Schinken auf jeden Fall richtig coole Box hat mir sehr gefallen die Harry Potter Karten sind nice muss ich sagen und der Funko Poppt das sind meine persönlichen Highlights in dieser Box ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für das Zuschauen wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe dass ihr auch natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bis dahin wir sehen und haut rein